Nachdem der Hai versucht hat, uns etliche Male umzubringen, haben wir in dieser Raft-Folge eine riesengroße Insel gefunden. Und mit groß meine ich sehr groß. Was uns da für Gefahren erwarten, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Hier Jungs, wir haben jemand nützlicheres als Felix jetzt hier bei uns. Wen? Ich bin die ganze Zeit am Angeln wegen dem Fungers. Was willst du von mir? Denk ich kein Essen mehr, der stirbt. Ja, ich mach grad hier Paddel. Hat wer? Nice. Vor uns ist ne Insel. Straight von? Oh, wait, links ist noch so ein Container. Links ist Container. Habt ihr? Nice. Nooo, nooo. Fungerbar, du war jetzt auch. Ja, ich werd hier auch grad schon leben. Komm, bitte irgendwas Nices. Hier ist Essen, hier ist Essen Jungs, hier ist Essen. Nee, ich sterb glaub ich lieber. Ja. Möchte jemand, möchte jemand einen Fisch haben? Oh! Jungs! Jungs! Wohin? 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 Den Ofen? Wo soll ich den Ofen in place? Eigentlich möchte ich den nicht mitten rein placen, da wo alles ist. Ich muss mich von euch verabschieden. Oh nein, ich hab äh... Pfff! Ich hab mich zu T-Baggen. Ich drück hier eine beliebige Taste um aufzustehen. Äh, haben wir noch nen Anker? Ich würde dann rein theoretisch einfach hier hin, warte. Hier wo ich jetzt stehe, oder? Ja, so ungefähr. Ich auch schütze ich mir nicht, dass der Hai jetzt nicht in sind wegknabbert. Ja, macht er nicht. Und wenn doch, dann töten wir den Hai. Ich hab Planken platziert und jetzt hau ich erstmal... Metallärzt hau ich da rein, ne? Genau. Wir haben eigentlich schon mal geklärt, ob es Fallschaden gibt. Ja, kippt es. Kippt es. Kippt es. Aber nur ob es so unermal hohen will. Haha. Ihr da reingehüpftet. Es breit grad Metall, by the way. Wait, der frisst unser scheiß Floß grad. Der will zum Ofen? Was da, Alter? Hallo da. Ach, er hat mich instant angegriffen. Ich lieg da. Eli nehm ich bitte mit, wenn auf den Weg nach oben. Danke. Hab ich. Ich hab grad den Metallbaden, äh... Ich mach kurz Scharnier und forsch dann Scharnier. Heike, mach was los an. Oh mein Gott. Ey, Jungs, 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 hier. Wir können Palme anbauen. Große Anbaufläche. Große Kiste. Komm, komm. Ja, los mal. Was auch immer das jetzt ist. Warte mal. Stationärer Anker. Wir haben einen Anker, den man immer auswerfen kann. Ja, ja. Okay, das ist richtig wild. Ähm. Oh, guck mal, was da links für ne riesige Insel ist. Holy. Da gibt's, da gibt's Tiere, oder? Monster. Ja, da gibt's Tiere. Oder komm, Spur, ich abgörst mit Scheiße. Komm wir da überhaupt hin? Weil der Wind macht Stress. Lol, lol, das war. Der Wall. Yo, was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht die Insel geil aus. Ist das auch ne Hightech-Ange? Ist das auch ne Hightech-Ange? Haben wir eigentlich nen Anker, oder war's das jetzt gleich? Oh stimmt, wir haben keinen Anker. Der stationäre ist halt viel zu teuer. Der stationäre kostet so viel. Ich mach der Anker, ich geh schon mal. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh Gott, wo liegst du? Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Wildschwein. Jetzt ist Wildschwein so gedribbelt, Jungs. Ja, wo liegst du denn? Nirgendwo, Junge, ey. Ich dachte, ich wär tot, weil das mich so angedribbelt hat. Du hast es dann ausgedribbelt. Das sieht echt schon cool aus, ne? Hier ist die Kiste. Oh mein Gott, Jungs. Aber der Falke hat nicht angegriffen. Wo bist du? Bist du grad hochgelaufen wahrscheinlich, ne? Ich bin ganz oben schon. Ich hab leider kein Essen, aber ich bin auch mal auf dem Weg nach oben. Ich versuch zu dir zu kommen, um ein bisschen mitzunehmen. Ich hab wieder Melonsamen. Nice. Der Adler macht Stress. Du bist ganz oben. Nee, aber auch mit dem Kleinen ganz oben. Es gibt zwei ganz oben. Da ganz oben ist auch noch irgendwas. Da ist irgendwie so ein Satellit. Ja, ich bin, glaub ich, ich werd, glaub ich, sterben auf dem Weg nach oben. Das ist ein bisschen blöd, natürlich. Ja, ich seh das Wildschwein. Ich seh das Wildschwein. Du musst es halt dribbeln, genauso wie ich. Nein, ich hab... Wenn ich noch einen Kot vom Vogel trifft, bin ich tot. Der hat mich grad fast gekillt damit. Oh ja, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ja, ich kann's nicht dribbeln. Oh, oder? Du kannst es dribbeln. Das läuft dir nicht direkt hinterher. Oh mein Gott, hab ich mich... Hier oben ist irgendwie so ein Satellit. Ich hab's komplett weggetribbelt. Ich hab mich nach oben gecheatet. Hä, Vince, müsstest du hier nicht irgendwo sein? Ich bin ganz, ganz, ganz oben jetzt. Okay, warte. Ich möchte mich dir den Moment genießen. Ja, ich bin tot. Ich bin tot, Jungs. Ich muss mich jetzt mal ganz oben holen. Nee, Digga. Doch, müsst ihr. Junge, ihr habt so OP-Loot. Ihr müsst euch jetzt so ganz, ganz oben holen. Ich hab mich eigentlich vollgefressen, sodass er mich nicht töten kann. Er hat mich draußen getötet. Das Problem ist, ein Hit, die sterbt. Hier liegt ne Beere. Fresse ich? Ich hoffe, die Beere vergebnet dich. Ich seh dich. Da liegst du. Du Armer. Okay. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht mal mehr, wo... Ich finde ein Bett. Ja, Glückwunsch. Geil, Mann. Ich dachte, Vince hier... Von wo kommen wir denn eigentlich? Große Rettungsaktion. Von wo... Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich hab grad der Vogel abgeworfen. Ja, mit Kot. Alter. Okay, Alter, ist die Insel fucking big. Ja, Mann. Ich bin... Das Problem ist, da wo ich jetzt grad bin, Vince, da ist es gleich das Wildschwein. Ich glaub, ich hüpfe hier einfach runter, oder? Ja, lauf einfach. Ich seh das Raft. Also, falls ich jetzt verreck... Also, hier glaub ich kann ich nicht runter. Ich kann dich gleich nicht abschlechen. Hi, tut mir leid. Sorry, Hi. Da, das sieht nicht so hoch aus. Ich mach einfach meine Cheat-Taktik mit dem Hüpfen. Hat nicht funktioniert, ich leb trotzdem. Und jetzt... Jetzt... Jetzt fehlt mir das Trinken. Das heißt, ich lauf ganz Arsch langsam. Geil. Große Rettungsaktion. Ja. Vielleicht musst du dich mal noch retten. Ja, ich bewege mich doch, so schnell ich kann. Nein, der Vogel ist über mir. Er wirft mich ab. Hm. Ich bin fast tot. Ich hab... Literally... Ein HP gefühlt. Oh, bitte. Ich seh das Raft. Ich seh das Raft. Komm schon. Geil, ich soll schon Essen für dich bereit. Ja... Ich sterb auch gerne, weil ich hab ein HP. Das bringt nichts mehr. Seht ihr mich? Da hier oben. Wie? Ich weiß es nicht, Bro. Kurz die Melone geerntet und den Wind liegen gelassen. Sorry. Okay, warte. Zack. Ich sterb auch mal kurz. Warte. Zack. Oh Gott. Jungs, ich bin wieder da. Ich muss mal gucken, ob ich... Wenn wir jetzt einen großen Grill hätten, finden wir das Problemabschlut am Arsch. Ich hab noch zwei gedehnt, boys. Felix. Ja? Ich muss dir was zeigen, warte. Ich find's nur nicht, weil ich einfach blind bin. Okay. Okay, wohin machen wir das? Pass auf. Achtung, bist du bereit? Ja. Ja! Alter. Ich hab noch zweier. Ich glaub, der sollte gut Essen geben. Den kannst du, glaub ich, dreimal anbeißen von dem. Wir haben irgendwie... Ich würd sagen, wir machen hier die große Anbaufläche hin, aber dafür brauch ich... 4 Schrott... 4 Schrott, 4 Seile, 10 Planken. Ich hab... Ich bring gleich, ich komm gleich mit Planken. Okay, okay. Dann wirst du nie wieder nach... Na gut, okay. Na gut, okay. Merk ich mir. Ja, Jungs, ich bin tot. Wo? Wasser. Rechts vom Floß. Fisch. Ich will nur ein Haie rumschwimmen. Da, ich seh wenigstens. Auer. Ich hab kurz Damage kassiert. Er muss kurz weg. Er hat ihn angeknabbert. Nein. Ich fress kurz ne rohe Kartoffeln. Okay, let's go. Oh, er fliegt direkt auf mich. Egal, ich bin am Boden. Guck mal da rein. Geil. Pfeifett, Junge. Guck mal den Grill rein. Okay, ich bin nicht mehr am Boden. Aua. Bende, guck mal in die Kiste rein. Oh, geil, Junge. Oh, geil. Egal, du hast mich nebens Bett geschmissen, du Wichse. Okay, ich brauch jetzt, ähm, vier Seile und vier Schrott. Wir haben nur noch, wir haben nur noch, wir haben nur noch 20 Holz. Wir haben nur noch 20 Holz, würdet ihr mich verarschen? Habt ihr zufällig vier Seile und vier Schrott? Egal, du hast eine Kerze. Ich brauch ein Holz, ein Holz, ein Holz. Ich hab, ich hab Schrott, ich hab Schrott. Vier Schrott, ein Holz. Und, Seil. Ey, du hast alles blutet. Wait, der macht den Anker, ne der macht nicht der Anker kaputt. Äh. Dankeschön. Hä, wo ist eigentlich unser ganzer, unser, ich brauch einen Metallbarren. Der letzte, oder ein Scharnier. Ich hab ein Scharnier. Ich brauch noch. Danke. Jetzt brauch ich nur noch vier Seile. Oh, und vier Planken, weil ich grad ausgesehen in den Ofen gelegt hab. Vier Planken. Hä? Hä? Und jetzt nur noch die Seile. Vier. Achso, wie viele? Vier. Vier, ich geb dir Palmen weiter. Vier, ich geb dir Palmen weiter. War das alles? Wie viel hast du bekommen? Du hast mir einen Palmen Platz gegeben. So star, ne, mein Wern. Jetzt wird's wild, Jungs. Jetzt wird's wild. Ach du Scheiße, ist das riesig. Wo place ich das hin? Was? Was ist das? Du Kacke, Alter. Was ist denn das? Palmen. Palmen. Ja, Palmen, pack's rein. Boah, Junge, geil, Alter. Wie baut man Wände? Äh. Kannst du mit dem Hammer. Kannst du mit der Wand irgendwo hin placen? Irgendwo, wo sie nicht kaputt gemacht wird. Okay, warte. Also am besten... Wir machen hier ne Abdeckung. Okay, warte, warte. Zack, Junge. Guck's dir an. Das ist sexy. Das ist sexy. Omf, nomf, nomf, nomf.